Im Rahmen vektorieller Beweise werden wir uns hier eine Beispielaufgabe anschauen, wo man die Orthogonalität zwischen zwei Vektoren nachweisen muss. Von Schwierigkeitsgrad kann man diese Aufgabe höchstens als mittelschwer bezeichnen. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass ihr ein paar grundlegende Kenntnisse bei diesem Themengebiet schon habt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende im Abspann findet ihr noch ein Grundlagenvideo zu dieser vektoriellen Beweise. Ich werde auch bei dieser Beispielaufgabe die gleiche Lösungsstrategie verwenden, wie bei allen anderen Beispielaufgaben, die ich zu diesem Thema hochgeladen habe. Und damit keiner durcheinander kommt, will ich diese Schritte noch kurz erläutern. Als erstes ist es natürlich wichtig zu erkennen, was eigentlich bewiesen bzw. bestimmt werden muss. Zweitens musst du in der Aufgabenstellung die gegebenen Voraussetzungen erkennen und gegebenenfalls aufschreiben. Dritter Punkt ist eher so eine Geschmackssache. Und zwar ist es empfehlenswert, immer eine vektorielle Vereinfachung durchzuführen. Das ist natürlich nicht unbedingt notwendig, aber hilfreich. Und viertens ist die Durchführung des Beweises durch Verwendung der Voraussetzungen und mit Hilfe von Linearkombinationen. Damit meine ich geschlossene Vektorzüge. Wenn ihr an dieser Stelle mit manchen Begriffen hier vielleicht noch Schwierigkeiten habt, bei der Lösung der Aufgabe sollte sich das Ganze eigentlich klären. Und hier ist die Beispielaufgabe. Das Wirk ABCD ist ein Rechteck, wie man auf der rechten Seite in der Figur erkennen kann. Es gilt, die Länge des Vektors AB ist gleich zweimal die Länge des Vektors BC und Vektor CS ist gleich dreimal Vektor BC. Zeige, dass die Strecken der B und AS orthogonal sind. Okay, wenn das zu schnell ging, dann bitte auf Pause drücken, ruhe die Aufgabenstellung lesen und versuchen das Ganze auf die Figur zu beziehen. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist unsere erste Sorge, wo sind denn diese zwei Strecken der B und AS? Das sind diese zwei Strecken hier und die sollen aufeinander orthogonal sein. Natürlich kann man diese zwei Strecken jetzt auch als Vektoren ansehen. Und das ist auch das, was wir eigentlich beweisen müssen. Also unser erster Punkt. Wir müssen zeigen, dass die Vektoren der B und AS aufeinander orthogonal sind. Zur Erinnerung, für den Fall, dass es eventuell jemand vergessen hat. Hier rechts abgebildet, wenn zwei Vektoren aufeinander orthogonal sind, dann ist deren Skalarprodukt immer 0. Und genau das nutzen wir auch hier, um unseren Beweis durchzuführen. Also das Skalarprodukt zwischen den Vektoren DB und AS muss 0 sein. Punkt 2 wäre es einfach hinzuschreiben, was eigentlich gegeben ist. Und ich denke mir, anhand der Aufgabenstellung ist das offensichtlich. Einmal, dass die Länge des Vektors AB gleich zweimal die Länge des Vektors BC ist. Und dann, dass der Vektor CS gleich dreimal Vektor BC ist. Punkt 3, die vektorielle Vereinfachung. Auch hier gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten. Allerdings, anhand der gegebenen Sachen, wäre es ideal, wenn ihr euch für den Vektor AB entscheidet, als Kleinvektor A. Und für den Vektor BC als Kleinvektor B. Und das halten wir natürlich auch hier auf der linken Seite fest. Also Vektor AB ist Klein A und Vektor BC ist Klein B. Und jetzt kommen wir zu der tatsächlichen Beweisführung. Wie bereits in unserem Lösungsschema vorher erwähnt, drücken wir jetzt die zwei Vektoren, die für uns eine Rolle spielen. Das sind diese zwei Vektoren hier, DB und AS. Als Linearkombinationen der Vektoren Klein A und Klein B. Ich fange natürlich mit DB an. Also Vektor DB. Wir schauen kurz auf die Figur. Also wir wollen diesem Vektor, das von D nach B geht. Das bedeutet, wir starten in D und ändern in B. Deshalb gehen wir zuerst von D zu A. Und das ist die Gegenrichtung des Vektors B. Also kurz gesagt, minus B. Und dann von A zu B. Das ist Kleinvektor A für uns. Und mehr können wir für diesen Vektor nicht machen. Deshalb gehen wir jetzt zu AS. Also, wir starten A hier und wollen hier im Punkt S ankommen. Eine Möglichkeit wäre, dass wir zuerst zu B gehen. Das bedeutet, wir haben einmal Kleinvektor A. Dann hätten wir diesen Vektor BC. Also von B nach C hier. Und das ist dann praktisch Kleinvektor B. Und dann käme dieser Vektor CS. Über CS wissen wir aus der Aufgabenstellung, dass es dreimal BC ist. Und BC ist natürlich B. Also plus dreimal Vektor B. Und das Ganze können wir dann minimal noch ein bisschen zusammenfassen. Dann haben wir Vektor A plus vier Vektor B. Also der erste Schritt wäre damit geschafft. Jetzt nutzen wir an dieser Stelle das, was bewiesen werden muss. Und zeigen, dass da eine wahre Aussage rauskommt. Das bedeutet, ich multipliziere jetzt allgemein diese Vektoren DB und AS. Also, ich schreibe dann kurz hier. Vektor DB mal Vektor AS. Wer ist jetzt natürlich dieser Vektoren mit den Linearkombinationen von hier oben? Und dann haben wir minus B plus A mal Vektor A plus vier Mal Vektor B. Und das Ganze muss Null ergeben für uns. Anhand des Distributivgesetzes, das bedeutet, hier mit jedem hier ausmultiplizieren, können wir diese Klammer auflösen. Dann haben wir minus B mal Vektor A. Oder minus Vektor A mal Vektor B. Dann minus Vektor B mal vier Vektor B. Ich schreibe es ausführlich hin erstmal. Minus vier Vektor B mal Vektor B. Dann haben wir Vektor A mal Vektor A. Das schreibe ich vorerst auch ausführlich hin. Also wir haben dann Vektor A mal Vektor A. Und am Ende noch Vektor A mal vier Vektor B. Das sind dann zusammengefasst vier Vektor A mal Vektor B. Natürlich muss das Ganze Null ergeben. Und ich hoffe, dass jeder von euch jetzt klar ist. Wir müssen die linke Seite dieser Gleichung so zusammenfassen, dass sie Null ergibt. Empfehlenswert wäre zuerst auf diese Skalarprodukte hier Vektor A mal Vektor B zu schauen. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir wissen anhand dieser Tatsache, wenn zwei Vektoren aufeinander orthogonal sind, dann ist der Skalarprodukt Null. Und das sind auch diese zwei Vektoren. Vektor A und Vektor B sind aufeinander orthogonal. Daher das hier ist Null und das hier ist Null. Also diese zwei Terme sind weg. Jetzt müssen wir nur noch diese Skalarprodukte zusammenfassen. Und zur Erinnerung, ihr braucht hier eine zusammenhängende Formel zwischen Skalarprodukt und der Länge eines Vektors. Auf der rechten Seite habe ich sie nochmal eingeblendet. Diese Formel müsst ihr nicht herleiten. Nicht jedes Mal herleiten. Wäre eigentlich auch nicht kompliziert. Man kann sie einfach so benutzen. Für den Fall, dass ihr sie nicht kennt. Vor allem für vektorielle Beweise ist sie nicht verkehrt. Und wenn wir jetzt diese Formel anwenden, sieht unser Term wie folgt aus. Wir haben dann nur noch minus 4 mal die Länge des Vektors B im Quadrat plus die Länge des Vektors A im Quadrat. Und das Ganze soll natürlich Null ergeben. Jetzt wäre die richtige Zeit, um noch die letzte Sache aus der Aufgabenstellung zu nutzen. Und zwar die Tatsache, dass die Länge des Vektors AB gleich zweimal die Länge des Vektors BC ist. Das können wir anhand unserer vektoriellen Vereinfachung hier mit klein a und klein b auf wie folgt schreiben. Also ich schreibe mal hier, weil statt Vektor AB schreibe ich einfach Vektor klein a oder die Länge des Vektors klein a gleich zweimal die Länge des Vektors klein b ist. Können wir praktisch das A hier oder dieses Vektor A hier mit zweimal die Länge des Vektors B ersetzen. Also kurz gesagt, daraus folgt. Minus 4 mal die Länge des Vektors klein b ins Quadrat plus Klammer auf 2 mal die Länge des Vektors klein b ins Quadrat und das Ganze soll Null ergeben. Wenn wir jetzt hinten die Klammer auflösen, dann haben wir minus 4 mal Vektor b ins Quadrat plus 4 mal die Länge des Vektors b ins Quadrat soll Null sein. Und das stimmt auf jeden Fall, die zwei Terme heben sich gegenseitig auf. Also am Ende kriegen wir eine wahre Aussage 0 gleich 0 und damit ist die Orthogonalität dieser beiden Vektoren eigentlich bewiesen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wenn ihr möglicherweise Schwierigkeiten hattet, bestimmte Schritte hier nachzuvollziehen, kann ich natürlich empfehlen, die Grundladung vektorieller Beweise nochmal anzuschauen. In der Kategorie gehen natürlich die Linearkombinationen rein, Orthogonalität, Parallelität, Kolonialität und lineare Abhängigkeit von Vektoren. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen sowie weitere Beispielaufgabe zu vektorierer Beweise findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Abo kosten nichts.